Nichts ist überzeugender als Erfolg. In Osnabrück macht man Karriere. Die Story beginnt an den Hochschulen von Osnabrück. Ein Sprungbrett für die eigene Karriere. Danach ging es auf Jobsuche. Schnell brachten Vorstellungsgespräche das erwünschte Ergebnis. Die erste feste Anstellung. Einige Anläufe mögen vonnöten sein, aber der Erfolg ist zum Greifen nah. Mit den Jahren und der Berufserfahrung kam die Entscheidung, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dies könnte deine Story sein. Deine Karriere in Osnabrück.